Bauunion Wismar GmbH. Seit gut 30 Jahren sind wir als mittelständisches Bauunternehmen im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau mit gut 100 Mitarbeitern tätig. Im Bereich des Hochbaus liegt uns neben Neubau, Umbau und Sanierungsprojekten vor allem der Denkmalschutz sehr am Herzen. Aber auch im Tief- und Ingenieurbau sind wir Experten. So konnten wir im Bereich Fundament- und Wegebau insbesondere bei Windkraftanlagen zahlreiche Projekte erfolgreich durchführen. Für die Realisierung weiterer interessanter und anspruchsvoller Bauvorhaben suchen wir Maurer, Zimmerer und Betonbauer zur Festeinstellung in Vollzeit. Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit leistungsgerechter Bezahlung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bauunion Wismar GmbH. Bauen heißt Vertrauen.